Wird Software, vor allem Open Source Software, zunehmend politisch und sogar als Waffe genutzt? Das schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen zu ULabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf ulabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Der Kontext des Ganzen ist wahrscheinlich vielen von euch klar, es geht um den Ukraine-Krieg. Ich habe dazu schon vor einiger Zeit mehrere Videos gemacht. Doch mein zweiter Beitrag zu dem Thema zeigt schon, dass das Ganze mittlerweile deutlich darüber hinaus geht, nämlich es gibt auch Software, die sich hier an verschiedenen Arten an dem Krieg beteiligt. Das wird oft Protestware genannt. Das lehnt sich eine gängige Bezeichnung für Lizenzen, wie zum Beispiel für Freeware, die kostenfreie Software kennzeichnen soll, an. Man kann hier grob nach vier Arten unterscheiden. Die erste ist die Positionierung innerhalb eines Repositories. Dafür gibt es hier mittlerweile auch einige Vorlagen, die man hier einbinden kann. Also hier solche Banner zum Beispiel in seine Readmail, damit das eben alle sehen können. PNPM ist hier ein bekanntes Beispiel. Wenn wir da mal runter scrollen, da ist hier so ein Banner eingebunden, um eben zu zeigen, das Projekt, das unterstützt die Ukraine. In diesem Vorlagenprojekt, da finden sich unten auch einige Projekte, die das Ganze schon eingebaut haben als Referenz. Das sind hier schon einige, wie man sehen kann, eine ziemlich lange Liste. Da unten sieht man auch das bloße Teil eingebunden. Es gibt hier noch über 2300 weitere. Manche haben auch entsprechende politische Statements in ihren Code eingebaut. Hier zum Beispiel ES5-Ext. Das ist eine Kompatibilitätsschicht, um das neue ECMAScript 6, also JavaScript, auch in älteren Browsern nutzen zu können. Und hier wird jetzt eben abgefragt, wenn man aus einer dieser Regionen kommt, also als Zeitzone eingestellt hat, dann wird hier die Ukraine-Flagge eingeblendet und es kommt hier ein entsprechender Infotext. Das Ganze findet beim Installieren statt, sprich, wer sich dieses NPM-Packet installiert, das sieht eben wieder der Admin, der Entwickler und das haben diese Dinge alle gemeinsam. Das sieht der Endnutzer im Regelfall nicht. Bei der zweiten Gruppe, da geht es darum, dass eben politische Botschaften in die Anwendung selber eingebunden werden. Das heißt also nicht bloß die Entwickler und Admins sehen das, sondern wirklich der Endnutzer, der hier die Anwendung nutzt. In diesem Beispiel ist das eine Web-Anwendung. Da wird hier dann entsprechende Info eingeblendet, auch hier wieder mit Filter auf diese entsprechenden Zeitzonen hier oben. Wenn man sich dort befindet, dann erscheint nach 15 Sekunden eben hier diese Info, wo es auch um den Krieg geht. Die Reichweite von solchen Aktionen ist natürlich deutlich größer. Hier sehen wir es an einem größeren Projekt, nämlich Leaflet. Das ist eine quelloffene Bibliothek für Karten, wo man auch interaktiv etwas markieren kann. Hier zum Beispiel kann man sich so ein Fähnchen einblenden für ein Unternehmen zum Beispiel, um zu zeigen, hier sind wir, so kannst du uns finden. Bei denen wurde links unten so eine kleine Flagge eingebaut. Wenn man darauf klickt, dann öffnet sich die Homepage, auf der jeder Besucher hier so ein Info-Pop-up zu sehen bekommt, wo eben beschrieben wird, dass die Entwickler hier direkt betroffen sind. Der Entwickler, der das Projekt hier gestartet hat, der wohnt in Kiew und musste da jetzt auch entsprechend wegen dem Krieg fliehen. Es ist dabei oft von Open-Source-Projekten die Rede. Hier sieht man es auch am ehesten, aber es gibt auch zig proprietäre Programme, wo man das eingebunden hat, ebenso Cloud-Dienste. Hier zum Beispiel .NET-Viertel. Da könnt ihr .NET-Code, also C-Sharp hier, entsprechend mit verschiedenen Frameworks direkt laufen lassen. Könnt hier Run drücken und seht hier das Ergebnis. Das Ergebnis, ganz praktisch für kleine Tests. Hier hat man auch entsprechend einen Banner eingebunden, um zu sagen, wir unterstützen die Ukraine. Der Terraform-Provider für die Amazon AWS Cloud, der geht noch ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob ihr Terraform kennt. Ist interessant, nutze ich auch. Können wir auch noch mal ein eigenes Video zu machen. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, dass die entsprechend ein Update ausgerollt haben. In diesem Update wurde eine neue Variable eingebaut, bei der man zustimmen soll, dass Putin, hier unten sieht man das Description, man stimmt zu, dass Putin die Souveränität der Ukraine nicht anerkennt und verweist hier entsprechend auf einen Artikel, wo das Ganze mit History bis 2014 zurück beschrieben wird. Wer hier nicht zustimmt, indem man diese Variable auf True setzt, der kann diesen Provider nicht nutzen. Solche Beispiele gibt es noch viel mehr. Das ist bloß ein Auszug. Hier haben wir sogar eine Bibliothek, die man auf seiner Homepage einbinden kann, um eben hier so ein Pop-Up anzuzeigen. Das läuft hier auch über einen CDN von denen, wird bei denen gehostet, was für mich persönlich auch schon der Grund wäre, das nicht zu nutzen, abhängig jetzt davon, wie man politisch dazu steht. Das wird hier von einem fremden Server eingebunden und solche Systeme wurden eben in der Vergangenheit auch schon oft gekapert, teilweise auch von der Gegenseite dann, um dort anderen Unsinn zu treiben. Kategorie 3 ist schon deutlich gefährlicher, denn hier geht es um destruktive Dinge. In dieser Kategorie geht es nicht bloß darum, dass man hier mit einer Fahne oder mit einem Hinweis irgendwo kommuniziert, auf welcher Seite man politisch steht, sondern bei diesem Fall hier, da hat man wirklich versucht, aktiv Schaden anzurichten. Das bekannteste und auch wohl eines der schlimmsten Beispiele ist Node-IPC. Hier wurden die Daten auf den Computern gelöscht. Wenn man aus Russland kommt, beziehungsweise die IP eben Russland zugeordnet ist, dann wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Viertel auf dem System alles an Daten gelöscht, was der Benutzer zugreifen kann. Bei der WordPress-Erweiterung Misstape, da hat man eine Hintertür eingebaut. Diese Hintertür meldet in einer angeblichen Statistikfunktion den Hostname, also die Domain von dem WordPress-System an den Angreifer zurück, damit er weiß, welche Instanzen sind hier verwundbar. Im weiteren Code kann man mit einem bestimmten Parameter sich als Admin einloggen lassen. Also der schaut hier, wo haben wir einen Admin-Benutzer und setzt hier den Cookie, dass der angemeldet ist. Dadurch ist man dann mit Administrator-Rechten im System. Laut russischen Aufzeichnungen wurde das eingebaut, um Nachrichten der Ukraine auf gekapperten Seiten einzubinden. 100% belegen lässt sich das nicht, also ob diese Lücke für diesen Krieg gezielt eingebaut wurde oder ob das eher ein Kollateralschaden ist, die man hier zu eigenen Zwecken missbraucht hat. Fakt ist jedoch, der Entwickler hat hier bewusst eine Hintertür eingebaut und muss damit irgendwelche Pläne gehabt haben, seien es jetzt politische oder auch finanzielle. Interessant ist hier übrigens auch ein Dokument, das offensichtlich von russischer Seite gepflegt wird. Hier hat man eine Liste über alle Dienste, die zum einen Russland in irgendeiner Form boykottieren, also meist sind das hier Cloud-Dienstleister oder andere Unternehmen, die eben hier keine Verträge mehr hosten, Oracle zum Beispiel als Hoster. Dann gibt es aber auch noch weitere, also zu meinen Statements von Unternehmen kann man sich hier angucken, aber es ist eben auch aufgelistet und das fand ich interessant, Projekte, die in irgendeiner Form entweder die Unterstützung für Russland eingestellt haben oder aber, wie jetzt hier schon gezeigt, Hintertür und Ähnliches eingebaut haben. Natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und auch nur mit Übersetzer entsprechend lesbar, aber es ist ein guter Anhaltspunkt, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Man sieht, da gibt es doch schon einiges, was die bisher hier gefunden haben und was sich entsprechend hier politisch gegen Russland positioniert. Noch perfider ist aber Kategorie 3, denn es gibt mittlerweile Webseiten, die im Hintergrund versuchen, per DDoS eine andere Seite anzugreifen. DDoS überlastet das System und dadurch ist es nicht mehr zugreifbar. Viele richten sich gegen russische, aber es tauchten später auch entsprechende Seiten auf, die dann versucht haben, die Gegenseite, also die Ukraine, anzugreifen. Das perfide, ihr besucht die Seite und hier sind jetzt zum Beispiel russische Seiten drin und ihr führt durch diesen Besuch einen Angriff im Browser auf diese Seiten aus. Ist natürlich illegal und daher solltet ihr zumindest die Bekanntenverdächtigen hier auch meiden. Natürlich kann es aber auch passieren, dass zum Beispiel eine Seite gekapert wird und ihr das gar nicht mitbekommt. In so einem Fall hilft nur eine etwas unbequeme Variante, nämlich Add-ons wie zum Beispiel NoScript, die JavaScript im Browser komplett deaktivieren und ihr könnt das dann eben von Hand nur für Seiten, denen ihr vertraut, aktivieren. Das kann für sowas schützen und nebenbei hilft es auch vor anderen Schweinereien. Wenn man sich von diesen Fällen ein paar anschaut, dann dauert es meist nicht lange, bis man hier teils sehr lange politische Diskussionen sehen kann. Die fangen meist damit an, dass einige sagen, man soll hier die Politik komplett raushalten. Andere argumentieren dann, es geht ja hier immerhin um einen Krieg, um Leben und Tod, da muss man sich positionieren. Das gibt dann meist eine relativ lebhafte Diskussion, wo es später dann auch durchaus um Details zum Krieg geht, also wo man sich dann nicht ganz einig ist, wer jetzt für was verantwortlich ist, was man tun soll. Also das gibt meist relativ lange Trads. Ist hier jetzt ein Beispiel, das sieht man aber auch an anderen Repositories ähnlich, dass da viel diskutiert wird. Erstmal soll man das grundsätzlich machen und wenn ja, in welcher Form, was ist in Ordnung, was ist vielleicht schon zu viel. Gerade bei den Forderungen, die hier das Ganze stoppen möchten, also keine Politik in der Software, kann man sich die Frage stellen, ob sich Softwareentwickler überhaupt positionieren sollen und wenn ja, in welchem Umfang. Die Open Source Definition selber, also die festlegt, ab wann das Software Open Source genannt werden kann, die verbietet hier zwar nicht explizit, dass man seine Meinung äußert, sprich, die sagt nicht, man kann hier jetzt nicht zum Beispiel sich gegen den Krieg aussprechen, wie es manche Projekte tun. Allerdings sagt hier Punkt 5 ganz klar, es darf niemand diskriminiert werden, weder Menschen noch Gruppen. Und das kann doch zumindest in einigen Fällen durchaus gegeben sein, gerade wenn wir uns hier Projekte wie zum Beispiel Node-IPC angucken, die eben hergehen und sagen, alle, die aus Russland kommen, denen löschen wir die Daten. Schlussendlich rütteln solche Aktionen das Bewusstsein dafür wach, dass man seine Abhängigkeiten prüfen konnte, weil am Ende ist es fremder Code im eigenen System. Allerdings schaden solche Aktionen auch dem generellen Vertrauen in Open-Source-Software, die heutzutage ja nahezu überall eingesetzt wird. Es ist daher durchaus bedenklich, wenn wir damit rechnen müssen, dass unsere Software, die wir verwenden, unerwartete Dinge tut, weil ein Entwickler eben der Meinung ist, es wäre jetzt das Richtige, in Anführungsstrichen, dass man zum Beispiel Daten von IPs aus Russland löscht, was ja auch durchaus Kollateralschäden verursachen kann, wenn man zum Beispiel VPNs nutzt. Und da gibt es noch andere Fälle, habe ich im anderen Video schon ausführlicher erklärt. Ich persönlich finde es zwar wichtig und richtig, dass sich Entwickler Gedanken darüber machen, welche Folgen ihre Arbeit für die Gesellschaft hat. Man kann ja zum Beispiel an so Themen wie Killerdrohnen denken, wo man durchaus kontrovers hinterfragen kann, ob man damit was in Anführungsstrichen Gutes tut oder sich nicht eher an fragwürdigen Tötungen beteiligt. Selbstjustiz finde ich da aber keine gute Lösung, auch nicht als Softwareentwickler. Ich denke, es wäre hier sinnvoller, dass wenn jemand den Drang verspürt, was zu tun, dass man seine Ressourcen nutzt, um hier zu unterstützen, zum Beispiel zivile Hilfeleistungen oder wenn man das ressourcentechnisch nicht kann, also von der Zeit her dann vielleicht auch Geld spenden oder Ähnliches. Soweit mal die Zusammenfassung zum aktuellen Stand diesbezüglich. Was denkt ihr? Schreibt es gerne zu uns ins Forum oder auch in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Hoffe, dass ihr von solchen Paketen, die entsprechend Schaden verursachen, nicht betroffen seid. Wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.